schönen guten tag ich hoffe sie verfolgen diesen adventskalender immer noch mit der gleichen euphorie wie am anfang ich weiß leider nicht an welchem tag jetzt dieses video erscheinen wird aber vielleicht ist es ja bald schon so weit wenn noch nicht weihnachten ist dann versuche ich ein bisschen weihnachtliche stimmung zu transportieren denn ich habe ein kleines märchen mitgebracht es ist zwar kein weihnachtsmärchen es ist auch eigentlich kein schönes thema es ist sehr tragisch am anfang und im mittelteil eigentlich noch tragischer aber dafür wird es am ende wieder ein bisschen besser also ich hoffe trotzdem dass ich eine besinnliche atmosphäre hier übertragen kann über die digitalen endgeräte beim titel des märchens habe ich mich bei einem alten von einem alten klavier lied inspirieren lassen nämlich von der tod und das mädchen jetzt wollte ich aber den titel nicht komplett klauen und am ende des textes geht es auch gar nicht mehr um den tod und das mädchen sondern um etwas ganz anderes nämlich um die problematik des geschichten erzählens bei slam texten so ein bisschen metamäßig und deswegen heißt der text jetzt der tod und das mädchen und die problematik des geschichten erzählens bei slam texten im land namens x kam vor x vielen jahren ein mädchen zur welt welches x trug als namen ihr vater einst seemann verließ bald die mutter und nahm alles mit bis auf den alten kutter mit dem er sein leben stets glücklos empfand und der auf nem felde nun rostbilden stand die not war unleugbar das elend ein fakt die marke der kleidung hieß meistens nur nackt die körper so dürre und so mager die wangen ihr essen bestand meist aus salz ohne stangen um weiter zu leben verhieß die devise das stumme verwalten der hiesigen krise doch dann wuchs das kind und schien geschwind sich hoffnung zu verschaffen aus eben jenem elend etwas besseres zu machen und als sie bald darauf den leeren kleiderschrank erblickte da packte sie im eifernadelfaden und sich strickte aus wolle webte sie gewänder und auch feinste kleider und wohlig weiche wolle wärmte fort an ihre leiber doch war sie nicht nur strickbegabt sondern auch sehr sparsam so nähte sie ne jeans allein aus sägespäne fasern die effizienz war praktisch wie auch ebenso genial denn mit nur einem faden schuf sie jackemütze schal so sperrte sie den kutter ab und ließ sich nicht mehr blicken ihr lebenssinn bestand darin klamotten nun zu stricken und jahrelange arbeit später war es dann vollbracht denn mit ihrer mode konnte sie ein eigenes lager pachten um diese an die frau zu bringen fehlte nur noch eines ein modemarkenname der sich tief im kopf einnisst und so sah sie sich ihr lager an dort stehend auf dem feld und taufte ihre marke auf den namen lagerfeld zum schutz ihres modelagers spannte sie ein gitter als plötzlich ohne jede warnung aufkam ein gewitter die wolken ließen schwarze tropfen auf die erde hetzen ein donner ließ mit zornes wucht die ohren schier zerfetzen der himmel zuckte regen grollte blitze fielen nieder der sound des stürms so fürchtbar wie des fernsehgartens lieder der krach war fast zu ende doch da traf ein blitz den kutter und kurz darauf schlug zwölfte stund ein anderer traf die mutter so qualvoll unaufhörlich qualmte jener graue rauchschlund die armselige tochter sie hielt es nicht mehr aus und die tränen liefen leise über glühend rote wangen beim anblick ihres lebenswerks im licht der toten flammen und eine stunde später hob sie hände in die höhe und klagte gegen gott und seine schuld an ihren nöten was habe ich getan damit solch plagen auf mich regnen her du kannst was erwarten sollten wir uns je begegnen und schneller als erwartet sollte sich dieser wunsch erfüllen denn gott stieg aus dem reich herab sein dasein zu enthüllen und ohne jede vorwarnung sprach er mit klarer stimme zu mädchen auf dem felde jener feuer bruts idylle ich kann gar nichts dafür dass deine welt zusammenfällt denn die gnade meiner güte kann für dein leben nicht gelten dich gibt's nur in gedanken eines hobby slam poeten für ihn bist du nur geisel um mit ihm dann aufzutreten ihm ging es hier gewiss nicht um dein erlebtes oder dich ihm ging es hier schlicht vielmehr um sein ego sprich um sich ja seine selbstverliebt performte singsang sinfonie präsentierte er doch in der immer gleichen melodie sein anspruch war allein dass er dem publikum gefällt durch dumme witze mit der sprache lagerfeld zwei feingetimte reime später ist die show vorbei genau wie plumpe plattitüdens effekthascherei denn in fünf minuten da kann man dem publikum doch höchstens eine oberflächliche story mit der message vom format eines ausformulierten kalenderspruchs mitgeben mehr ist einfach nicht drin du bist nur das mittel zum zweck des autors sich für seine sprüche und wortspiele vom publikum beklatschen zu lassen aber die probleme und das leid seiner figuren die sind ihm noch völlig egal also schlaf jetzt mein töchterchen schlafe tief und fest in friedenruhen könntest du mal schauen ob dich der slammer lässt ja und ja und als der traum zu ende war die tochter dann erwachte war alles leid der welt vorbei sie jubelte und lachte auf einem rose einhorn schwebte sie ins paradies doch nur weil sie der slammer endlich mal in ruhe ließ war alles leid der Untertitelung des ZDF, 2020